Heute betrachten wir uns mal die Tech-Aktien und überlegen uns, ob das nicht eher eine Dotcom-Blase 2.0 wird. Und so sieht es aus meiner Sicht doch stark aus. Schauen wir uns mal diesen Chart an. Der Chart vergleicht den Aktienkurs von Apple, also den kompletten Wert des Unternehmens, mit dem DAX. Also allen großen deutschen 30 deutschen Unternehmen, die im DAX gelistet sind, die 30 größten, die an der Börse gehandelt werden. Und wir sehen, Apple hat es jetzt, also Tag heute, ungefähr geschafft, so viel wert zu sein wie der komplette DAX. Und wir überlegen mal, ob das eigentlich so hinkommen kann, gerade jetzt in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation. Und der Chartverlauf finde ich immer ganz schön zu betrachten im Fünfjahres-Chart. Da sehen wir nämlich sehr eindeutig, wie kerzenförmig wir gerade seit der Corona-Krise nach oben geschossen sind. Klar, da gab es einen Einbruch, aber danach hat sich der Kurs ja enorm entwickelt. Technologieaktien profitieren natürlich, Digitalisierung wird vorangetrieben etc. etc. Aber jetzt überlegen wir mal einen Schritt weiter. Eine Firma wie Apple, die beispielsweise zu über einem Drittel bei weitem von den iPhone-Verkäufen abhängig ist. Was passiert, wenn die Leute nicht mehr die Kaufkraft haben, um sich iPhones zu kaufen? Wird dann der Kurs auch noch weiter nach oben gehen? Können diese eingepreisten Gewinne irgendwie noch gerechtfertigt werden? Wir sehen hier das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das liegt jetzt schon, jetzt dürft es sogar noch höher liegen, bei 30. Das ist ein extrem hoher Wert. Natürlich wird auch Dividende gezahlt, aber ein KGV von über 30, das ist schon wirklich bitter. Ihr könnt ja selber mal googeln, was ein normaler, ein angebrachtes Kurs-Gewinn-Verhältnis wäre. Auch wenn Apple wirklich gute Gewinne macht, aber für die Kursbewertung muss Apple erstmal liefern. Noch krasser ist natürlich der Fall Tesla. Tesla ist eine absolute Hype-Aktie und so viele Kleinanleger strömen jetzt in den Markt. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil sie nur Tesla vom Markennamen kennen und denken, ach wie cool, in das Unternehmen muss ich reingehen. Die haben aus meiner Sicht von Fundamentaldatenanalyse überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, die wissen noch nicht mal, was ein Kurs-Gewinn-Verhältnis ist. Und das ist aus meiner Sicht gerade Tesla inzwischen reine Spekulation geworden. Schaut mal rechts den ersten Knick. Da hat Elon Musk schon selbst gesagt, dass aus seiner Sicht er die Aktie schon für zu hoch bewertet hält. Und wenn wir uns jetzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis geschätzt für das Jahr 2020 anschauen, und das liegt bei 217, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, Tesla müsste eigentlich 217 Jahre erstmal diese Gewinne ziehen, damit irgendwo der Kurs gerechtfertigt ist. Wo leben wir denn? Wer da jetzt noch auf den fahrenden Zug aufspringt, meine lieben Herren, macht was er wollt, ist ja sowieso aus rechtlichen Gründen keine Anlageberatung, aber das sollte man sich, glaube ich, gut überlegen. Man kann auch über die deutschen Unternehmen sagen, was man möchte, wie es wirtschaftlich weitergeht. Aber interessanterweise dieselben Gründe, die jetzt beispielsweise gegen die deutschen Unternehmen vorgebracht werden, nicht zukunftsfähig, nicht digital genug. Naja, was ist denn mit Apple in der Wirtschaftskrise, wie gesagt? Wie wollen die denn ihre Umsätze halten? Wie wollen die denn ihren Gewinn weiter steigern? iPhone hat schon eine sehr, sehr große Markttiefe erreicht. Was soll denn da noch kommen? Gerade wenn jetzt die Kaufkraft nämlich sinken wird, wenn Leute ihre Jobs verlieren, wenn die Hilfen, die staatlichen Hilfen auslaufen, da muss man auch überlegen, auch ein Technologieunternehmen, gerade was Hardware produziert, das ist nicht uneingreifbar, das heißt nicht, dass es immer weiter nach oben geht. Und schaut euch einfach die Kursverläufe an, wie viele Milliarden pro Tag teilweise da Marktkapitalisierung geschaffen wird aus dem Nichts. Das ist schon Wahnsinn. Und auch die Stimmung, die Euphorie ist etwas ähnlich wie beim Dotcom-Crash in den 2000ern. Jeder hat nur noch gedacht, es kann ja nur weiter nach oben gehen. Denn die Zukunft liegt in der Digitalisierung. Das stimmt sogar. Das stimmt sogar. Langfristig ist das so. Aber man muss auch irgendwann Kurse rechtfertigen und mit Gewinnen gegenüberstellen. Und wenn die Gewinne eben auf absehbare Zeit aus meiner Sicht eher nicht unbedingt durch die Decke gehen wie die Kurse, dann sollte man vielleicht doch ein bisschen auf die Bremse treten und sich überlegen, was man eigentlich Vernünftiges tut. Schaut mal in die Videobeschreibung. Ich habe euch da einige Tipps zusammengefasst, was ihr nämlich Vernünftiges tun könnt, um Geld zu sparen und zu investieren. Ansonsten würde ich mich über Kommentare freuen. Da gehe ich auch gerne darauf ein. Was meint ihr? Haltet ihr diese Kurse für gerechtfertigt, weil es ja Technologiewerte sind? Oder meint ihr auch, dass es einfach overhyped ist? Oder meint ihr?